Nummer 2. Und jetzt? Action! Chillig. Für ihre Schocke-Füllung tut sie wirklich Pans. Tresor. Jetzt kommt Werbung. Immer sprinten durch das Haus, nichts als Mädels, welch ein Graus. Auf und zwar, die Zeit ist echt knapp. Röscheberg, ich bin bereit, Windeln stinken mal in Watt. Für den Jungen gar kein Problem, ihr werdet sehen.